. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Wetter vor 8 und der September ist zur Hälfte rum. Und deswegen gucken wir mal ein bisschen auf den Monat und blicken in dem Fall nach Frankfurt am Main. Und das erste, was ich festzustellen habe, ist, die Durchschnittstemperatur in Frankfurt im August betrug 18,1 Grad, die der ersten Septemberhälfte, Achtung, 19,2 Grad. Das zeigt, die Sommermonate waren ja insgesamt in diesem Jahr durchwachsen und teilweise natürlich auch, wie Sie wissen, dramatisch. Und jetzt haben wir einen September mit recht ruhiger Phase und wenn wir hier mal drauf gucken, das ist tatsächlich 3,7 Kelvin. Kelvin, das hat die gleiche Schrittweite wie Grad Celsius, wird in der Meteorologie immer bei Abweichungen verwendet, drum hier dieses K. Ja, 3,7 Kelvin zu warm und zwar gegenüber dem aktuellen Mittel von 1991 bis 2020, also ein ungewöhnlich warmer September und auch ein ungewöhnlich sonniger September. Hälfte rum heißt, wir müssten, um im Soll zu sein, jetzt bei 50 Prozent sein, sind aber gar bei 80, also viel zu sonnig. Das gab es in diesem Sommer ja relativ selten. Und dann sind wir jetzt bei ungefähr der Hälfte in Sachen Niederschlag, gerade weil am heutigen Tag in Frankfurt viel Regen gefallen ist. Vorher waren wir deutlich drunter. Wir gucken mal auf den Radarfilm, da sehen Sie, wie dieses Frontensystem sich jetzt nach Nordosten verschiebt. Hier sehen Sie noch eine Kaltfront und hier ein kräftiges Gewitter im Bereich des Alpenvorlandes. Wir haben das Frontensystem noch mal drübergelegt. Hier die Kaltfront mit der Schauerkette, im Süden das eingeschobene Gewitter und nach Nordosten die Warmfront mit dem Regen. In der Nacht wird dieser Regen dort noch stattfinden, langsam weiterziehen. In der Mitte ist die Kaltfront mit teils kräftigen Schauern. Nach Niederbayern zieht diese Gewitterluft. Temperaturen nach Nordwesten hinter der Kaltfront, morgen früh 12 bis 15, nach Süden und Osten noch teils nicht unter 18 Grad. Und morgen Vormittag haben wir es dann mit vielen Wolken über dem Land zu tun, nach Nordwesten am freundlichsten. Trotzdem einzelne Schauer nachmittags in der Westhälfte insgesamt schon sonniger, sonst noch durchwachsen. Und die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 18 bis 22 Grad. Der Wind stark an der Nordsee, Stärke 6 aus West-Nordwest. Die Aussichten wechselhaft noch der Freitag, etwas freundlicher der Sonnabend. Schönen Abend, bis dahin und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017